Desvaillot ist ja ein phantysischer Begriff, was steckt denn dahinter? Desvaillot wurde gegründet, ist ein Familienunternehmen von Jean Desvaillot im Süden Frankreichs 1966. Das heißt Tradition über 50 Jahre Poolbau und ist seit 2000 in 83 Ländern der Welt zu haben, über 500 Verkaufsstellen weltweit. Und wir, wir sind verantwortlich für den Markt Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie lange macht Sie das schon? Seit 15 Jahren jetzt, immer auch in Familie wieder, weil bei uns eben auch das Familien, jetzt die zweite Generation drin, meine Töchter und in der Folge vielleicht irgendwann die dritte Generation, aber es hat noch bitte Zeit.